Wir haben ja auch ein Werk in der Ukraine, in Kiew, und da wird einem auch in Österreich erst klar, was Energieversorgung bedeutet. Das ist für uns was Selbstverständliches. Der berühmte Strom kommt aus der Steckdose, aber das ist nicht so, sondern das ist ein riesiges Netz an Infrastruktur notwendig, um das überhaupt zu ermöglichen, dass wir es warm haben, dass wir Licht haben und das sieht man halt leider für uns sehr selten, weil es meistens in der Erde oder im Gebäude und deswegen ist das Kabel den meisten Leuten nicht so wirklich geläufig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.